ich habe gedacht ich habe noch einen karton am start von scuff habe ich aber nicht glaube ich muss den controller kaputt machen und mir den psd ps3 stick rausnehmen oder ich zerstöre hier den xbox controller und nehme davon die sticks mal ich finde die xbox sticks eigentlich auch gar nicht mal so schlecht digga kann man den aufwand den xbox controller einfach probier doch mache ich jetzt auch wo ist jetzt mein werkzeug ach digga es sieht aus wie der scheiß auf oder einfach mal auf den boden schmeißen genauso wie vorher digga xbox qualitäts controller irgendwie muss ja noch auseinander gehen xbox ist stabil das sage ich euch so wie es ist scheiß drauf dann zerstört den komplett jetzt wirklich ich habe so ein ding hier und nichts davon passt was ist das der ist aber wie boomerang zurückgekommen alter ein worf geht noch aber diesmal mit schutz also diese scheiß xbox controller sind so stabil das ist ja nicht mehr normal der playstation controller wäre schon zehnmal kaputt also diese scheiß drauf wie ich 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 Vielen Dank.